Okay. Läuft? Ja. Also, was geht ab? Ich bin's, Pascal Kraus. Und ich mache hier wieder eine kleine Gymtour durch Deutschland. Heute Defense Group in Siegburg. Und ich kann euch nur sagen, eins der coolsten Gyms, in denen ich bisher gewesen bin. Schaut es euch mal an. Richtig schön, Hinterhof-Atmosphäre. Da ist der Grill. Rauch. Hier die Mattenfläche. Hier findet das ganze Kampfsportprogramm statt. Und dann auf der anderen Seite wird gerade der Grill angeschmissen. Das Fleisch wird zubereitet und für die Nahrung gesorgt. Jetzt hier weiter und es wird noch besser. Richtig schönes Garagen-Gym mit Gewichten, allem, was man braucht. Also, cooler geht's ja eigentlich nicht, oder? Auto steht drin, Fernseher hängt drin, Gewichte nebendran. Das ist ein Leben. Wir sehen uns.